Einblicke in das Privatleben von Claudia Schiffer sind äußerst rar. Obwohl die schöne Deutsche eines der gefragtesten Supermodels der 90er Jahre gewesen ist und noch immer für zahlreiche Luxusmarken vor der Kamera steht, gibt sie eher selten etwas von sich persönlich preis. Zum Fest der Liebe veröffentlicht sie nun aber diese Bilder auf Instagram, die sie in ihrem Zuhause in England aufgenommen hat. Zu sehen sind etwa der ganz in rot eingedeckte Esstisch oder auch der festlich geschmückte Weihnachtsbaum der Familie Schiffer. Eine kleine Sensation, denn Aufnahmen aus den eigenen vier Wänden gibt es eigentlich nicht von der Blondine. Dass sie mit diesem Bild aber noch ein weiteres privates Detail offenbart, ist vermutlich nicht unbedingt Absicht gewesen. Auf dem Tisch neben dem Baum befinden sich nämlich Familienbilder. Eines davon zeigt sie und ihren Gatten, den britischen Filmproduzenten und Regisseur Matthew Vaughn, beim romantischen Hochzeitskuss nach der Trauung im Jahr 2002. Vor lauter Vorfreude auf Weihnachten scheint die dreifache Mutter vergessen zu haben, ihre privaten Fotografien zu verstecken. Vielleicht hat die 47-Jährige zum Fest der Liebe aber auch einfach nur eine Ausnahme gemacht und mal ein bisschen mehr von sich und ihrem Leben hinter der Kamera zeigen wollen. Ihre Fans wird es sicherlich freuen. Doch so wie wir Claudia kennen, werden das vermutlich erst einmal die letzten Bilder dieser Art bleiben.